Hallo und herzlich willkommen zu Rainbow Friends Chapter 2! Es freut mich, dich mal wieder willkommen zu heißen. Und Leute... Und ich will ja nicht angeben, aber wir haben schon Rainbow Friends Chapter 1 gespielt. Also falls ihr Lust habt, Chapter 2 bei jemandem zu gucken, der Ahnung von der Lore hat... Seid ihr trotzdem hier falsch, aber ich bedanke mich, dass ihr zuschaut. Das ist nicht mal Witz, ich hab keinen Plan. Ich weiß nur, dass wir diese Box hier haben. Ich bin unsichtbar. Es geht schon los! Okay, ich bin gespannt. Mit C können wir auf jeden Fall schon mal crouchen, ne? Interessant zu... Oh, wir kriegen einen Trailer. Wie nice, da ist mein Charakter! Und der läuft ganz vorne. Ich wusste, ich bin ein Anführertyp. Oh. Yo. Verdammte Security-Maßnahmen. Wieso versuchst du hier einzubrechen? Das ist aber eine große Schere. Was macht ihr hier draußen? Der bewegt sich so, als ob er nix sagt. Monster sagt dir, ich bin sicher, das ist alles Einbildung. Bist du dir sicher, Albert Einstein? Und jetzt geht's los! Anscheinend sind wir innerhalb des Security-Gitters, das er ehrlich gesagt nicht mal aufgeschnitten hat. Ah! Ha, mach die Tür nicht zu. Ich möchte auch noch reingehen. Aber unsere erste... Oh, hey. Hallo, Niklas. Niklas, sehr cool. Unsere erste Aufgabe ist es, 25 Glühbirnen zu finden und hier einzusetzen, ne? Ich weiß zwar nicht wofür, aber wir probieren es einfach mal. Hier sind Becher. Wir haben unsere Kiste, mit der wir uns vor Monstern verstecken können. So wird mich auf jeden Fall kein einziges mehr sehen. Und ich höre was. Oh, 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 das ist nicht gut. Es ist Blue! Den kenne ich sogar noch. Jedes Monster hat so seine eigene Strategie, um es zu vermeiden. Und ehrlich gesagt, ich kenne keine einzige davon. Ich kenne nur den Karton. Und wir suchen jetzt einfach mal die Glühbirnen. Oh. Oh? Nein! Nein! Du lockst Blue voll in meine Richtung! Aber... Okay, dass das funktioniert, wusste ich nicht. Oh, wir können auch hier reingehen. Richtig gut! Oh Gott. Kann Blue hier runterkommen? Ich habe Angst, dass ich sterbe, wenn ich hier... Oh nein, alles ist cool. Hier passiert nichts. Aber er ist komischerweise in einem Karton drin. Soll mir das irgendwas Schlechtes zeigen? Lasertag. Wie sehen die Glühbirnen denn aus? Hier ist doch eine Glühbirne drin. Kann ich die nicht einfach rausziehen? Hallo! Ich will das rausklauen. Okay, das funktioniert nicht. Hier haben wir einen Elektrokasten. Eine Kamera, weil ich die ganze Zeit überwacht werde. Das ist gut, ich bin kriminell. Ich muss überwacht werden. Wie sehen die Glühbirnen denn aus? Uh, da ist ein grünes Monster. Ha! Das steht aber einfach nur rum. Okay, wenn es nur so rumsteht, ist ja alles cool. Blues Castle. Können wir hier... Aha, hier können wir reingehen. Sehr schön. Alter, der hat ein schönes Schloss. Ist hier vielleicht irgendwo eine Glühbirne drinne? Ich will mich irgendwie hilfreich machen. Das Team hat einfach schon 16 Glühbirnen gefunden und ich noch nicht eine einzige. Aber die hängen hier doch überall. Kann ich die nicht einfach abreißen? Oh, was ist... Jo? Was bist du denn? Äh, sterbe ich, wenn ich dich berühre? Ich kann... Ich... Ich will's... Ich trau mich nicht. Ich geh da nicht rein. Ich bin da nicht dumm. Ha, 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 ha. Ah, ah. Ah. Okay. Das war knapp. Oh, wir können uns hier reinsetzen. Okay. Ich weiß nicht wirklich, was mir das gebracht hat. Uh, warte mal. Uh, 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 uh. Hä, wie nice. Vielleicht ist da oben eine Glühbirne. Das kann ja... Nein, ich fahre die Runde einfach komplett umsonst. So ein Mist. Unser Team hat einfach schon 22 Glühbirne. Und ich habe nicht eine einzige gefunden. Oh mein Gott, ich wollte nicht so weit fahren. Das ist doch ein bisschen über... Toll, ich bin wieder auf der anderen Seite der Karte. So ein Mist. Oh, hier ist ein Spieler drin. Waren wir hier nicht schon? Oh mein Gott, hier waren wir schon. Wir sind wieder in Blues Castle. Ich habe die ganze Map jetzt erkundet. Oh, warte mal. Sind das da hinten Glühbirnen, die markiert werden? Wir haben so lange gebraucht, dass das Spiel uns das jetzt anzeigt. Weißt du was? Das ist eine Beleidigung. Oh mein Gott, ja, 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 ja. Ich habe eine... Jessica nimmt die andere Glühbirne. Wir haben schon drei... Oh mein Gott, ja, 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 ja. Ich war hilfreich. Noch eine einzige Glühbirne. Die ist ja immer noch da hinten. Okay, lauf, mein Freund, lauf. Ich laufe andersrum. Ich habe einen Plan, wie wir zur Glühbirne kommen. Ich bin ein Genie. Da. Oh, da ist Blue. Hallo, mein Freund. Du wirst mich niemals bekommen. Okay, wo ist die Glüh... Ich glaube, die Glühbirne wurde aufgenommen. So ein Mist. Das war komplett umsonst. Also... Mist. Das heißt... Ja, 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 ja. Die Glühbirne hat die Glühbirne aufgenommen. Und Leute, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Hey, hat irgendjemand von euch das gehört? Äh... Warte! Da gab es wirklich ein SOS-Licht? Ich meine, wow. Ihr seid gut. Ich habe das Gefühl, die meisten Spieler skippen die Trailer. Sodass wir... Oh, was bist du denn für ein Helikopter? Okay, ich gehe in meine Kiste rein. Ich glaube, die Kiste hilft gegen den... Oh mein Gott. Hau dir mir leid. Du hast Hallo, Snylie geschrieben, Jessica. Und dabei bist du draufgegangen. Oh! Das tut mir echt leid für dich. Sie hat die Zeit genutzt, um Hallo, Snylie zu schreiben. Und dafür wurde sie bestraft. Das hat Jessica nicht verdient. Rest in Peace, Jessica. Oh, ich höre was. Alles gut? Und übrigens, Hallo, Jessica. Wir müssen Gaskanister finden. Und die liegen hier überall rum. Okay, die sind... Oh nein, da unten ist Blue. Das ist nicht gut. Komm schon. Blues Castle. Ein Gaskanister. Der nächste. Oh, da ist dieser Grüne. Ich weiß nicht, wie der heißt. Wahrscheinlich heißt der Green. Und? Alter, wie viele sind denn hier? Oh nein, der Helikoptertyp ist ja nervig. Die Frage ist, wo... Oh, hier sollen wir die reintun. Perfekt. Wir haben vier. Und wir sind noch sechs Spieler. Das heißt, wir haben wirklich noch eine reelle Chance. Wenn wir uns jetzt nicht fangen... Lass... Oh, da war Blue. Da war Blue. Nicht gut. Der ist hier in der Nähe. Ich habe Angst. Ich höre ihn. Oh, verdammt. Ja. Tu mir nicht an. Ich bin auf Toilette. Blue. Kann ich rausgehen? Was mein... Oh, ich höre sogar den Helikoptertypen. Sind die jetzt alle auf einmal hier? Das ist nicht gut. Oh, da ist er mir vorbeigezogen. Hä? So eine Pfeife. Okay, lass mich hier raus. Äh... Ich habe ein bisschen Angst. Wo könnte Gaskanister sein? Ich weiß es nicht. Die müssten doch hier überall rumliegen. Es kann nicht sein, dass wir gerade einmal vier haben. Das ist viel zu wenig. Komm. Hier vielleicht noch irgendwo was drinne? Irgendwo? Kanister. Oh, hier ist einer. Das ist... Blue ist da. Oh nein. Oh. Direkt hinter mir. Ich habe das Gefühl, die sind irgendwie aggressiver geworden als im anderen Teil. Den haben wir direkt beim ersten Mal gesch... Okay, okay, okay. Ah! Ah! Alles cool. Alles cool. Man muss nicht manchmal relaxen, Blue. Relax. Komm ich hier. Oh, oh. Alter, du hast einen Thron, mein Freund. Wow. Dir geht es echt gut. Wo sind wir hier angekommen? Irgendwie liegt... Hast du dich mit blauer Farbe angemalt? Du bist denn echt gar nicht blau? Ist das nicht sowas wie... Ähm... Ich weiß nicht, ob ich das hier auf YouTube aussprechen kann, aber... Ich weiß nicht, ob das legal ist. Oh, was ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst vor dem Grün, weil ich nicht weiß, was der kann. Ich kann ihn gar nicht einschätzen. War der Grüne nicht blind? Ah! Oh. Oh Gott. Komm. Der macht nichts, wenn ich in der Kiste bin, oder? Das ist gut. Haha. Oh Gott. Wir haben das Problem, dass wir nur noch drei sind. Allerdings fehlen nur noch zwei Gaskanister. Das heißt, das hier ist an sich machbar. Das Problem ist, wo könnten die Gaskanister sein? Oh, hier ist einer. Sehr nice. Einen haben wir. Noch ein einziger. Der könnte... Oh, hier ist eine Kartbahn. Das wusste ich nicht. Krass. Das sieht richtig nice aus. Können wir... Haha. Wie nice. Ey. Der eine macht ein Rennen mit mir. Oder er sucht auch einfach den Gaskanister. Den wir nicht finden. Das ist schade. Aber zumindest haben wir einen gefunden. Oder was? Oh, da ist der letzte. Da hinten. Da hinten ist Blue. Oh nein, nein, nein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Alles andere als gut. Verdammt. Oh Gott, oh Gott. Hier ist der letzte Gaskanister. Jetzt haben wir alle. Und hier ist... Ich weiß nicht, ob Blue ihn gerade bekommen hat, aber... Was ist das? Da ist irgendwie eine Hand aus dem Boden. Aber alles cool. Wir sind wieder bei der Kartbahn. Und ich habe die letzten Kanister. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur noch irgendwie zurückkommen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ist das ein... Oh Mann, ich dachte, du gehst aus dem Grund in den Kasten rein. Boom. Seili ist der Beste. Lass uns hoffen, es funktioniert. Ich hoffe auch, es funktioniert, mein Freund. Ich hoffe es. Also... Was ist das? Oh, verdammt. Hat nicht so gut funktioniert, wie geplant, oder? Hä? Wow. Wie bin ich hier hochgekommen? Weiß ich doch nicht, mein Freund. Ich habe keinen Plan, ehrlich gesagt. Wir müssen wahrscheinlich mit dem Karussell fahren und den runterholen, oder? Alright, alle. Lass uns das wieder versuchen. Sammle alle von diesen Lookis. Und lass uns den alten Mann retten. Und dieses Mal gibt es einen Teil... Da ist Dynamit auf diesem Fahrstuhl drauf. Oh mein Gott, das ist doch gefährlich. Wie soll denn das funktionieren? Wir sind nur noch zu zweit. Hä? Ey. Wie... Okay. Wie sollen wir das denn zu zweit schaffen? Wir müssen uns aufteilen. Oh mein Gott, die hört sich alle so süß an. Und ich höre... Oh, da hinten ist der Helikoptertyp. Aber das ist cool. Das ist cool. Den halte ich für nicht sonderlich gefährlich. Weil der einfach durch diese Kiste auszukontern ist. So, hier ist ein Looki. Den habe ich schon mal. Der ist doch voll süß. Der ist doch knuffig. Und weiter geht's. Wir carryen das zu... Oh, wir sind wieder zu dritt. Jessica ist wieder da. Hey, Jessica. Lookis. Oh, hier ist noch einer. Ich kann nur einen aufnehmen. Das ist doof. Zumindest weiß ich, dass... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Blinde. Also ich glaube, er ist blind. Nächster Looki Nummer 6. Und ich glaube... Wir sind sogar am schnellsten, wenn ich jetzt einfach die Seilbahn rübernehme. Hier unten ist ja keiner, ne? Ich weiß gar nicht, ob er hier runterfallen kann. Aber ich will es auch gar nicht ausprobieren, um ehrlich zu sein. Dafür ist mein brauner Puppo mir doch ein bisschen zu wichtig. Oh, da ist Blue. Mit einem Looki unten. Eigentlich muss ich da hin. Das hier ist ein Riesen-Looki, aber ich denke, der bringt mir nichts. Hier war auch einer. Genau. Den haben wir. Das ist schön. Jetzt haben wir schon 6. Ich weiß, unten bei Blue ist noch einer. Das wäre Nummer 7. Aber wie kommen wir da hin? Hä? Ey, yo! Komm her, folg mir! Folg mir! Alles cool! Wir kriegen das hin! Blue ist eine Pfeife an sich! Den tricksen wir aus! Oh nein! Helikopter! Helikopter! Weg, weg, weg! Nicht verkacken! Oh! Oh! Alter, was? Ich hab doch gesagt, nicht verkacken! Okay, weißt du was? Ich kann nicht mehr. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Oh mein Gott, ich muss hier so dringend weg. Aber wie? Wie mach ich das? Ich hab Angst! Oh Gott, Blue soll mich nicht da verfolgen! Sunny wurde gefasst! Das ist doof! Hier unten war noch ein Looki, oder? Nee, doch, der ist noch hier. Der ist noch hier. Da ist Sunny wieder. Nummer 7. Perfekt. Und da unten. Oh nein! Nein, nein, nein! Ich fahr in den Tod rein! Mist! Oh, ich muss weg. Oh Gott, oh Gott! Das war knapp. Jetzt hab ich Angst. Ich hör was. Aber ich weiß nicht, von welcher Seite. Oh Gott, ich geh hier rein. Alles cool, alles cool. Oh, oh! Ich will nicht verkaufen. Ich hab den Looki. Da ist auch noch einer. Aber da ist Blue. Oh, die sind so süß. Nummer 8. Sehr schön. Also dafür, dass ich ein Noob in dem Spiel bin, bin ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Da muss ich mir selbst auf die Schulter klopfen. Ist hier noch ein Looki? Hier war doch noch einer, oder? Ich bin mir ziemlich sicher an sich. Das Problem ist, die ganzen Kreaturen laufen auch hier hinten rum. Oh, es fehlt mir noch einer einziger. Und ich glaube, ich höre ihn. Der muss hier irgendwo sein. Ich höre ihn doch. Ich bin nicht verrückt. Der muss hier sein. Ich glaube, der ist hier unten. Woher kommt sonst dieser Sound? Hört ihr das? Oh nein, nein, nein. Hier ist diese komische Kreatur. Wir müssen uns... Da ist der Looki. Da. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Durchhören. Durchhörverstehen. Sehr nice. Okay. Jetzt laufen wir hier durch. Geben den letzten Looki ab, retten den einen. Und haben gewonnen. Denke ich mal. Aber dafür müssen wir auch erstmal zurück... Oh, hört ihr die alle? Hier, euer letzter Freund ist da. Wir kriegen das hin. Gute Arbeit an alle. Oh, warte mal. Du kletterst einfach am Dynamit runter. Das ist krank. Jo. Das Ding fährt. Okay. Wie geht's dir? Keine Sorge. Ich bin okay. Aber es gibt keine Zeit zu verschwenden. Mein erster Escape-Plan ist gefailt. Aber es gibt mehr Wege, hier rauszukommen. Da gibt es einen Weg durch die orange Achterbahn. Wir müssten nur diesen Looki entfernen, wenn man hier nur irgendeine Kuchen finden könnte. Er würde alles tun für ein bisschen Kuh. Woher weißt du das? Woher? Bis... Machst du... Oh nein. Eine neue Kreatur. Das ist nicht gut. Zieh an. Ich frage mich, wieso sie so interessiert an diesem Käfer ist. Oh mein Gott. Ich und Sunny. Wir kriegen das hin. Müssen wir zu diesem Käfer? Ich denke... Was müssen wir denn hier tun? Ha. Ich weiß nicht, was genau du... Oh, wir müssen Zuckerpackungen sammeln. Okay. Da ist noch eine. Aber... Ich höre was. Und das ist nicht gut. Oh. Oh, Blue. Es kam von hinten. Der war die ganze Zeit hinter mir. Wie gemein ist das denn? Okay. Weißt du was? Ich bin weg. Bye bye. Oh nein. Oh, da ist Zion. Da ist Zion. Nicht gut. Oh. Der hat mich nicht gehört. Alles gut. Alles doch gut. Ist hier vielleicht noch ein bisschen Zucker? Ich will Zucker. Zion? Bist du noch hier? Ich habe Angst. Oh, hier ist Zucker. Sehr schön. In welche Richtung laufe ich am besten, ohne mich zu... Okay, Blue ist unter mir. Das ist alles cool. Ah. Noch mehr Zucker. Oh Gott. Oh Gott. Wer hat mich gesehen? Wer hat irgendwas gesehen hier? Ey, Helikopterfresse. Boom. Alles cool. Zucker. Ich weiß nicht, was zieren kann. Das macht mir Angst. Und der ist da. Der ist zu nah. Ah. Ah. Mist. Du bist gestorben. Ich belebe mich wieder. Schade, dass ich meinen Zucker verloren habe. Aber ich bin noch da. Oh, da ist Blue. Da ist Blue. Ah, Sunny. Da bist du. Danke. Tading. 125 Coins. Wir haben einen Kuchen gebacken für ihn. Oh, wa... Ja, dann fress mal deinen Kuchen. Das wäre eigentlich nur ein einziger Happen für dich. Aber wir gehen vorbei. Es hat funktioniert. Let's go. Okay, let's go, mein Freund. Du siehst aus wie Albert Einstein. Wir sind wieder nur zu zweit. Zu zweit, ja. Schade. Aber es funktioniert. Und lass uns hier durchgehen. Oi, 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 oi. Hallo, Orange. Ich habe mir gemerkt, wie das mit den Namen funktioniert. Das sind einfach nur die Farben. Exit. Hier ist ein Au... Kann ich nicht rausgehen. Mist. Crystal Caverns. Ist es schlau, als erster zu laufen? Ich weiß nicht, was hier passiert. Aber hier wird doch noch irgendwas passieren. Pick a card. Oh, Achterbahn fahren. Okay, everybody. Geht rein. Oh, möchtest du mit mir in meinen Kart sitzen? Komm, 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 komm nach vorne. Hui. Oh, warte mal, man kann... Hui, 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 hui. Tata, tata, tata. Hui, 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 hui. Ah, ist das nice. Wir müssen uns mitlehnen. Bitte, mit dem... Hui. Okay. Lehn dich, um einen Weg zu wählen. Welchen nehmen wir denn? Ich wähle wahrscheinlich den rechten Weg. Ich glaube, das ist schlau. Ich möchte nicht durch den Wasserpfeil fahren. Hui. Hui. Das ist ja voll nice. Ah, voll die schöne Wiener. Sieht richtig romantisch aus. Oh, warte mal. Vielleicht hätten wir doch durchs Wasser gekonnt. Ähm. Okay, warte mal. In welche Richtung müssen wir jetzt? Irgendwie geht es nur in... Geradeaus, oder? Stark. Irgendwie war das ein Fehler von mir, den ersten Karten zu nehmen. Ich hätte eigentlich tun... Äh. Erstmal gucken müssen, was er macht. Und ich war hinterher in Sicherheit. Oh, hallo. Meine kleinen Süßen. Das ist die langweiligste Achterbahnfahrt aller Zeiten. Weil... Wieso geht die so langsam? Oh, hier ist dunkel. Wohin soll ich denn jetzt? Ha? Hallo? Ich bin alleine. Hallo? Ich will nicht allein sein. Hier kann doch alles... Mögliche pass... Was soll ich denn hier tun? Soll ich hier ausweichen? Oh, geht das? Ich weiß nicht. Es hat mich ja nicht getroffen, zumindest. Oh, da hinten ist ein Kuchen. Aber ich werde doch hier vorunter fallen. Das sehe ich doch. Mich trickst du nicht? Ah! Oh, die Achterbahnfahrt geht los! Und meine Kamera ist ausgegangen! So doof! Mist! Ihr müsst die Achterbahnfahrt ohne Kamera gucken! Ich kann die jetzt nicht anmachen! Ich habe keine Chance! Verdammt! Oh, jetzt wird es auch ein bisschen schneller. Ich kann das Spiel hier nicht anhalten. Nein, nein, nein! Ist ein Online-Spiel. Uhuhu! Okay! Sehr schön! Ich mag Seiltier! Lava? Das hört sich nicht gut an. Okay, aber hier können wir an sich ja nicht viel tun, ne? Wir tun einfach gar nichts. Ich fahre da einfach hinterher. Danger ahead! Dreh dich... Wie soll ich mich denn bitte da umdrehen? Das ist eine Achterbahn, das ist hier klar, ne? Alter, was eine Achterbahn! Oh mein! Ist das legal? Oh Gott! Yo! Eins! Zack! Zwei! Alter, das gefällt mir ja richtig gut! Also ich bin extra Zeit, um auf diese Achterbahn zu kommen. Garten! Okay, wir lehnen uns in die Richtung. Ist ja eigentlich klar. Boom! Immer weg von der Gefahr... Sunny wurde gefunden... Nicht Sunny! Nein, nicht Sunny! Oh Gott, wo hast du dich erwischen lassen? In welche Richtung gehe ich? Ja, nach links. Eindeutig. Obwohl dieser Helikoptertyp halt echt eine Pfeife ist. Danke fürs Besuchen. Oh, hallo. Hallo, Cian. Ich werde mich jetzt nicht in deine Richtung lieben. Es tut mir leid. Boom! Müll? Oh, bin ich jetzt? War das gut? Ah, ich weiß. Autsch! Yo, das hat wehgetan. Ich bin auch kein Müll. Aber ich fühle mich jetzt wie Müll. Ich wollte die Kamera anmachen, aber ich habe keine Chance mehr. Wie soll ich dir rechtzeitig noch zu entkommen? Mist! Tut mir leid. Ich hoffe, er ist nicht schneller als ich. Was? Ich kann... Oh, crouchen, crouchen. Das funktioniert. Man kann... Ah, du bist da durchgelaufen. Was hast du denn für einen Riesenmaul, du Großmaul? Okay, ich laufe hier lang. Ich denke, das ist der richtige Weg. Ich hoffe es auf jeden Fall. Oh Gott, ich kenne mich hier nicht aus und es gibt keine anderen Spiele, an denen ich mich orientieren könnte tun können. Okay, crouch. Und... To surface? Zum... Du kommst da nicht lang, gell? Du siehst aber eigentlich so lieb aus. Netter Popo. Netter Popo. Tja, tja, tja... To surface! Yo! Du hast Chapter 2 überlebt! Krass! Rainbow Friends! Also, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt noch für das Outro die Kamera anmachen soll. Wäre eigentlich schöner, aber... Wir haben es geschafft und das war wieder ein Hammer-Chapter. Wir können uns das nächste Mal um Chapter 3 kümmern und um die Secrets in Chapter 2. Davon wird es ja auch einige geben. Wo ist Blue? Er wird spät sein. Er schläft, ne? Er schläft einfach. Okay. Lass ihn schlafen. Ich bin auf jeden Fall super gespannt. Es gibt bestimmt auch viele Sachen, die ich noch nicht wirklich hier mitbekommen habe, die hier auf der Map versteckt sind. Wie gesagt, Secrets. Schreibt mir gerne ein paar Sachen in die Kommentare. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Das war ein längeres Video. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Bye, bye!